Musik Hallihallo! Heute sind wir in Sneek, in der friesischen Stadt Sneek und haben einen Platz im wunderschönen Yachthafen hier in Sneek gefunden. Die Anfahrt war ein bisschen tricky entlang der kleinen Grachten, aber dafür stehen wir jetzt wunderbar und mal wieder ganz alleine. Also vom Stellplatz hat man einen richtig schönen Blick über die Hafenbecken und im Hintergrund kann man Kirchen und Gebäude der Altstadt sogar ein bisschen sehen. Es gibt einen Stellplatz für größere Wohnmobile über 7 Meter, da haben wir uns jetzt mal hingestellt. Und die anderen sind halt alle ganz normal. Insgesamt gibt es 8. Die werden in der wärmeren Jahreszeit wahrscheinlich auch sehr sehr schnell besetzt sein. Ganz stolz hat uns eben der Hafenmeister das neu errichtete Sanitärgebäude gezeigt, wo es Duschen, Toiletten und alles was eben so dazugehört gibt. Das Gebäude ist jetzt noch nicht offen, es ist abgeschlossen, aber neben dem Hafenbüro befindet sich das Behinderten-WC und da sind Dusche und alles was man sonst so braucht zugänglich. Da das Wasser auch im Moment abgedreht ist, können wir uns Wasser, wenn wir brauchen, hier aus dem Behinderten-WC holen. Man kann auch mit dem Auto hier vorfahren und den Schlauch benutzen. Zum Hintergrund ist die Tür zur Dusche, alles super, alles gut und ein sehr sehr freundlicher Hafen. Wir stehen hier wunderbar und es gibt schlechtere Plätze. Und jetzt will ich mich mal gleich auf in die Altstadt von Sneak machen. Satisfall da! Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist es mal wieder auf der Zwischenzeit. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. You said that you loved me too We couldn't mess without you I'm hollowed out So I packed my things And then moved down south To share the room With the floor and house This will take some time But that's what it's all about It's all about It's all about It's all about